Heute stellen wir Ihnen das Fitnessarmband SwissTone SW500 vor. Zuerst muss das Fitnessarmband vollständig aufgeladen werden. Öffnen Sie hierzu die Ladeschale und legen Sie die Uhr ein. Anschließend stecken Sie die Ladeschale an einem USB-Port Ihres Computers an. Nun öffnen Sie den App Store und laden Sie die MyFit Log App herunter und starten diese. Jetzt folgen Sie den Anweisungen des Setups. Nach Abschluss der Einrichtung wird das Armband direkt beginnen, die Schritte zu zählen, Nachrichten anzuzeigen und den UV-Index auszuwerten. Bei längerem Drücken des Menüknopfes lassen sich weitere Betriebsmodi auswählen. Des Weiteren können Sie in den Einstellungen festlegen, ob sich das Armband bei Bewegung automatisch aktivieren soll. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.